Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial Reihe. Heute wollen wir mit unserem ersten richtigen Projekt anfangen. Was bedeutet erstes richtiges Projekt? Naja, wir wollen ein mehr oder weniger sinnvolles neuronales Netz schreiben. Das heißt nicht sowas wie die letzten paar Videos, was einfach lernt Bits umzuflippen. Nein, wir wollen heute anfangen mit einer Handschrifterkennung und das machen wir mit dem berühmten MNIST Datensatz. Warum wir den nehmen und nicht irgendwie was eigenes machen, das werden wir alles noch tun, keine Sorge. Aber wir machen jetzt als allererstes mal was mehr oder weniger Einfaches. Unser erstes einfaches konvolutionales Netz. Convolutional Netz. Konvolutional hört sich bescheuert an. Okay, um was geht es dabei? Das Ganze ist ein Datensatz, der ist enorm groß. Das heißt er hat mehrere tausend Bilder, soweit ich weiß, sind da drin. Das sind einfach verschiedene Bilder. Entweder sind es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9, die handschriftlich eben geschrieben wurden. Das Tolle bei dem Datensatz ist, dass natürlich auch die Labels dabei sind. Das heißt, ihr bekommt zwei Sachen pro Trainingsdatum mitgeschickt. Nämlich erstens mal das Bild, das heißt eine 0 zum Beispiel, jetzt wenn wir das ganz links oben nehmen und ein Label. Und das Label enthält, dass es dann auch wirklich eine 0 ist. So, logischerweise habt ihr dann natürlich auch gleich 10 Ausgabeneuronen und diese 10 Ausgabeneuronen sagen eben, es ist eine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9. Und als Input bekommt ihr wie gesagt dieses Bild und das wollen wir programmieren. Wir werden am Ende so ungefähr 95% Genauigkeit haben, also schon sackig genau. Und man muss echt dazu sagen, dass manche von den Leuten, die das geschrieben haben, wirklich eine Sauklau haben. Also schaut euch mal diese 7 hier an oder diese 7 hier. Da kann man ja wohl nicht mehr wirklich unterscheiden. Oder die hier, also das würde nicht mal ich als 7 erkennen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das würde ich als verstümmelte 2 erkennen und das hier wahrscheinlich eher so als Richtung 1 oder sowas. Ähm, also das muss man wirklich dazu sagen, die Bilder sind teilweise nicht einfach und da 95% hinzubekommen, das ist schon ganz geil. Wir fangen einfach mal heute direkt an und importieren mal alles, was wir brauchen werden. Das ist nämlich der erste Schritt. Wenn ihr jetzt gerade absolut nicht wisst, was Torch ist, was PyTorch ist, was der MNIST-Daten, gut, den MNIST-Datensatz, den müsst ihr nicht kennen. Ähm, aber was Torch ist, dann solltet ihr euch vielleicht die anderen Tutorials aus der Playlist angucken. Das heißt, damit ihr da auf dem Laufenden seid, das setze ich jetzt tatsächlich hier voraus. Logischerweise kann ich euch nicht alles von vorne erklären. Und, ähm, falls euch irgendwas ansonsten unbekannt vorkommt, was jetzt nicht speziell mit Torch zusammenhängt, da solltet ihr euch vielleicht dann auch meine neuronale Netze-Playlist ansehen. Die kann euch da auch wirklich sehr helfen. Aber ich denke, das ist schon machbar hier, was wir jetzt machen. Okay, also, zunächst einmal importieren wir natürlich Torch, das dürfte klar sein, das brauchen wir. Dann importieren wir das, was wir zum, ähm, Module brauchen, also zum, zum tatsächlichen Netzschreiben brauchen. Dann importieren wir die Funktion, das heißt sowas wie, keine Ahnung, Softmax oder sowas werden wir zum Beispiel benutzen. Dann importieren wir den Optimizer, also alles Sachen, die wir schon mal importiert hatten tatsächlich, als Optim. Wir importieren es auch mit denselben Namen, also alles kein Problem. Okay, so, und jetzt der eigentliche Grund, warum ich jetzt hier zu Mnist gegangen bin und nicht irgendwelche anderen Daten gemacht habe. Denn das Vorverarbeiten der Daten kann wirklich teilweise ein bisschen ärgerlich sein und ein bisschen aufwendig. Und das Tolle bei dem Mnist-Datensatz und bei PyTorch ist, dass er direkt mitgeliefert wird. Das heißt, ich kann hier einfach FromTorchVision import Datasets und Transforms. Ähm, und das Tolle ist, in Datasets ist einfach Mnist komplett drin. Das heißt, es wird automatisch runtergeladen, da steht auch der Link dabei und alles drum dran, da müsst ihr euch nicht kümmern. Es wird runtergeladen und ihr könnt es direkt einfach einlesen. Das ist super genial, wenn man mal so seine ersten Schritte macht. Deswegen mache ich das jetzt auch als erstes Projekt, damit man eben die Daten nicht irgendwie selbst aufbereiten muss, sondern man hat sie einfach direkt und man kann direkt anfangen. Man sieht sofort Ergebnisse. Deswegen ist das Projekt ja auch nicht so groß, wie man jetzt vielleicht denken würde. So, und FromTorch.autograd importieren wir natürlich Variable, wie immer. Variable, so. Okay, jetzt machen wir folgendes als allererstes. Und zwar, das ist jetzt für speziell diesen Datenset hier, den wir jetzt hier runterladen müssen. Also, der wird jetzt erstmal vom Internet tatsächlich runtergeladen. Das heißt, wenn ihr jetzt kein Internet habt, wenn ihr das Ganze hier programmiert, dann habt ihr ein Problem. Ähm, denn der Datensatz muss ja irgendwo herkommen. Also, diese gelabelten Daten, die habt ihr nicht auf dem Rechner, sondern die müssen runtergeladen werden. Und, äh, ja, das tun wir mit folgendem. Und zwar brauchen wir zum Runterladen, wobei, das machen wir nachher. Ähm, wir sagen jetzt hier einfach mal der Loader. Also, das, was uns die Daten tatsächlich runterlädt, ist einfach Torch.utils. Ups, sorry. Punkt, oh, wird mir nicht vorgeschlagen. Data.DataLoader. Ähm, mit Klammern hinten dran. So, der braucht jetzt, also das ist jetzt erstmal das, was euch die Daten sozusagen später bereitstellt. Und jetzt braucht ihr natürlich erstmal, welche Daten wollt ihr denn haben. Da gibt es nämlich Datasets. So, und jetzt haben wir hier sehr, sehr viele Daten. CIFAR 10, CIFAR 100. Vielleicht werden wir ein oder anderes davon noch benutzen. Aber, was wir jetzt natürlich benutzen wollen, ist MNIST. Das ist dieser Handschrifterkennungsdatensatz, den ich euch hier gezeigt habe. Bild ist übrigens von Wikipedia. Also, da könnt ihr euch auch gerne mal drüber einlesen, was ist eigentlich der MNIST-Datensatz. Und warum steht er eigentlich so frei zur Verfügung. Das ist eigentlich ganz cool. Ich finde es echt super, dass wirklich für die Forschung einfach so oder zum Lernen auch solche Datensätze gratis zur Verfügung gestellt werden. Denn solche Daten zu bekommen, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, ist nicht wirklich einfach. Wir müssen echt verdammt viel machen. Ähm, so. Was machen wir jetzt hier? Naja, wir müssen angeben, wo diese Daten hingespeichert werden sollen. Und das werden wir uns nachher dann auch noch angucken. Ähm, wir gucken, wir speichern das Ganze jetzt hier einfach erstmal in Data rein, in den Ordner Data am Ende. Dann wollen wir natürlich zuerst einmal die Trainingsdaten haben. Das heißt, wir setzen hier Train auf True. Da werden wir nachher noch den Evaluationsdatensatz haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr sowohl Evaluation als auch Trainingsdaten habt, um nachher zu probieren, wie gut sind denn eigentlich meine trainierten Sachen in der Wirklichkeit. Und das heißt, mit Daten, die ich davor nie gesehen habe. Wenn ihr immer nur die Trainingsdaten benutzt, dann kennt euer neuronales Netz hier ja schon. Und das heißt, vielleicht, oder sehr wahrscheinlich, hat es einfach überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich in der wirklichen Welt passiert. Und ist einfach super spezialisiert auf diese Trainingsdaten. Deswegen immer Trainings- und Evaluationsdaten. So, Download gleich True bedeutet, wir müssen sie halt erst noch runterladen. Alles kein Problem. Und jetzt brauche ich eine neue Zeile, Transforms ist gleich Transforms.toTensor. Okay, was genau macht ToTensor? Naja, das Ganze wandelt die Daten halt, also ich meine, das sind Bilddaten und es sind am Ende eben diese 10 Output-Neuronen, ist eine 1, ist eine 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Und das Ganze ist erstmal als rohe Daten, werden wir uns gleich noch angucken. Jetzt haben wir aber natürlich hier das Problem, wir brauchen das Ganze als Tensor, damit wir damit arbeiten können. Deswegen brauchen wir halt hier ein Transforms.toTensor. Mehr brauchen wir hier nicht. So, und dann eine Normalisierung. Transforms.normalize. Und zwar, wie wollen wir die ganzen Dinger jetzt normalisieren? Und das muss ich zugeben, habe ich jetzt auch geklaut. Das sind einfach Werte, die man durch Ausprobieren wirklich herausbekommen kann. Die sind normalisiert auf 0,1307 und 0,3081. Aber da könnt ihr einfach jeden Wert ausprobieren. So, jetzt ist natürlich hier die folgende Sache. Der Fall, ups, das Ganze sollte ein Tupel sein. Hier müssen noch Kommata rein. Ich werde das jetzt hier mal ein bisschen auseinandersetzen. Und zwar so. So, ich habe es jetzt mal kurz ein bisschen neu formatiert, damit wir wieder ein bisschen mehr mittig sind und nicht so am Rand vom Bildschirm rumkraxeln. So, das Ganze hier sind Tupel. Das heißt, sie enthalten zwar nur einen Wert, aber wir müssen trotzdem dieses Komma hintendran reinstecken. Weil ja, genau. Und das Komma hier wollte ich eigentlich nicht da haben, sondern hier haben. So, jetzt haben wir hier zwei Transformationen benutzt. Das heißt, was müssen wir logischerweise machen, wenn wir zwei Transformationen benutzen? Richtig, bei Transform eine Klammer drumherum setzen. So, jetzt muss ich gucken. Die Klammer gehört dazu. Die Klammer gehört dazu. Und die Klammer gehört dazu. Das heißt, wir machen hier die Klammer zu. Perfekt. Okay. Das heißt, was wir jetzt hier haben, ist im Endeffekt, wir sagen, das Ganze soll in Tensor konvertiert werden und dann normalisiert werden. Das, wie gesagt, müsst ihr nur machen, wenn ihr eben diesen MNIST-Datensatz hier tatsächlich runterladet und verwendet. Das ist jetzt nichts, was ihr irgendwie ständig machen müsst oder sowas, sondern, ja, das ist wirklich nur für diesen Datensatz hier nötig. Das werden wir jetzt auch nur dieses Mal so machen und dann werden wir auch noch wieder eigene Daten versuchen zu verwenden. Achso, ja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Und zwar, diese ganzen Dinger hier, diese Transformationen müssen natürlich auch irgendwie zusammengesetzt werden. So, jetzt haben wir einmal hier gesagt, okay, wir wollen sie als Tensor haben und wir wollen sie normalisieren. Jetzt müssen wir aber dem Ding hier vorne noch sagen, weil das kann so nicht mit einer Liste umgehen, mit Transformationen. Wir müssen noch sagen, dass wir diese Dinger auch wirklich zusammengesetzt haben wollen, also diese mehreren Transformationen. Deswegen gibt es hier transforms.compose und das verwendet jetzt eine Liste einfach, mit der wir das dann eben machen können. So, das ist jetzt erstmal nur für diesen Datensatz MNIST, damit ihr den runterladen könnt. Ihr seht es hier hinten schon mit den Klammern, das ist schon sehr, sehr ekelig. Jetzt machen wir aber noch folgendes und zwar, der Data Loader braucht noch ein paar mehr Argumente und zwar braucht der als erstes mal eine Batch Size. Batch, Bodenstrich, na komm schon, hilf mir, Manno, dann halt nicht, dann muss ich weiter tippen. Okay, Batch Size ist gleich, so, wie hoch wollen wir die Batch Size setzen? Ich dachte mir jetzt einfach mal 64 dürfte eigentlich bei jedem von euch noch funktionieren. Das geht auch mit recht schwacher Hardware theoretisch. Je größer die Batch Size theoretisch ist, desto mehr Daten sind es natürlich auch schwungweise. Wenn ihr da irgendwie Schwierigkeiten habt, setzt die einfach ein bisschen runter. Wenn ihr besonders starke Hardware habt, könnt ihr hier auch locker auf 256 oder sowas gehen. Dann Shuffle, das ist ein cooles Argument, was man hier einfach so machen kann. Shuffle bedeutet, die Daten werden durcheinander gemischt. Das heißt, die Bilder sind nicht einfach in der Reihe jedes Mal, sondern sie werden jedes Mal einfach gemixt. Und dann seid ihr sozusagen, dann lernt das Netz nicht die Reihenfolge aus. Wenn nicht, das kennt ihr vielleicht vom Vokabellernen oder sowas. Wenn ihr immer Vokabel lernt, dann kann es passieren, dass wenn ihr 100 Vokabeln, sagen wir 20 Vokabeln habt, dass ihr dann irgendwann sagt, ja und was war davor, dann weiß ich, was danach steht. Also diese Reihenfolge ist so eine Sache, das machen neuronale Netze auch. Die versuchen euch wirklich nach Strich und Faden zu verarschen, keine Sorge. So, und ja, das, was wir jetzt hierher schreiben, das sind die Quarks. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr mit Python schon öfters mal gearbeitet habt, die müssen wir noch schreiben. Das sind sozusagen die Argumente fürs Entwickeln hier oder für die Funktion hier. So, die müssen wir jetzt noch schreiben und zwar sind die Quarks folgendes. Und das kommt jetzt auf euer Setup drauf an. Das merkt ihr euch bitte auch fürs nächste Mal, was ihr euch da überlegt habt. Und zwar, wenn ihr eure Grafikkarte nicht benutzt, also kein Cuda benutzt, dann ist das hier einfach die leere Menge, dann passt das so. Wenn ihr aber eure Grafikkarte benutzt, dann müsst ihr noch angeben, wie viele Worker ihr habt. Number of Workers muss dann zum Beispiel bei mir auf 1 sein, sollte eigentlich immer auf 1 sein. Und Pin Memory, ups, Pin Memory, Pin Memory auf, ups, True. So, wunderbar. Und ja, das ist es tatsächlich auch. Jetzt haben wir sozusagen unsere Daten geladen. Wow, wir sind nicht weit gekommen heute. Das sind allerdings erst die Trainingsdaten. Wir sagen jetzt hier einfach mal Train dazu, damit wir, das hat nichts mit Zug zu tun, sondern tatsächlich mit Trainingsdaten. Jetzt müssen wir nämlich noch dasselbe mit den Testdaten machen und das kürzen wir jetzt einfach mal ab. Denn da ist im Endeffekt fast alles dasselbe. Ich gehe jetzt hier einfach her und kopiere mir das ganze Ding. Torch.utils.data.dataloader. Das ist genau gleich geblieben. Datasets amnist in Data reinkopieren, also in Ordner Data. So, Achtung, Train soll jetzt natürlich nicht mehr der Fall sein. Das heißt, wir machen hier ein False rein. Downloaden brauchen wir nicht mehr, weil das ist automatisch gegeben. Hier, das kann raus und dann müssen wir sie wieder so kompositionieren, wie wir es hier getan haben. Also Transform ist gleich Transforms.compose, Transforms.to-Tensor. Das heißt, wir konvertieren die Daten erstmal in einen Tensor und dann normalisieren wir die Daten auch noch auf eben auch diese 0,1307. Wie gesagt, die Zahlen habe ich auch geklaut. 0,3081. Okay, so Batch Size ist okay, Shuffle ist auch okay und die Quarks bleiben sogar dieselben. Also das, wie gesagt, ist hier relativ schnell geschehen. Da müsst ihr eigentlich nicht wirklich viel ändern. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Datensätzen? Das hier sind Trainingsdaten und das hier sind die Testdaten. Das heißt, euer Netz wird mit diesen Daten hier lernen, wie es zu arbeiten hat. Und hier unten wird es dann ausprobieren, wie es auf normalen Daten funktioniert. Gut, das erstmal als sozusagen Einleitungsvideo. Das, wie gesagt, müsst ihr auch nur machen, wenn ihr jetzt gerade mit diesem Datensatz arbeitet. Und ja, wir führen es jetzt tatsächlich hier mal aus, um einfach nur die Daten zu bekommen. Die lädt es mir jetzt hier runter. Ihr seht auch den Link, da könnt ihr gerne mal drauf gehen und euch die Daten genau angucken. Ich pausiere euch jetzt einfach mal, weil das sind einige Daten hier. So, und processed wurden sie auch schon. Jetzt steht hier done. Das heißt, ihr habt die Daten schon. Jetzt könnt ihr gerne mal nachgucken, was hier in eurem Data-Ordner drin ist. Also, hier stehen die Process drin. Das ist Test und Training.pt. Ihr erinnert euch, PT sind, ja, diese Daten, die man auch in Netze einlesen kann. Und dann haben wir hier Raw-Daten. Ich versuche das gerade mal ein bisschen größer zu machen. Das sind halt wirklich diese Raw-Dinger hier. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Aber wie gesagt, wirklich viel kann man nicht sehen und wirklich arg bewundern müsst ihr diese Daten jetzt auch nicht. Nächstes Mal werden wir, wie gesagt, auf diesen Daten dann trainieren. Und dann, ja, schauen wir uns das Ganze an. Ihr könnt gerne auch mal hier ausprobieren, was da drin steht jeweils und so weiter und so fort. Also, ja, spielt damit einfach ein bisschen rum. Das hilft beim Verständnis auf jeden Fall. Nächstes Mal schreiben wir unser Netz. Und dann geht es, glaube ich, an Training und Test. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder für dieses Projekt. Also, wie gesagt, wir machen hier jetzt einige Projekte, damit ihr so ein bisschen reinkommt. Und auch noch die Feinzüge oder sowas kennenlernt, die ich euch nicht einfach so trocken vorstellen möchte. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like da oder sowas. Falls seid, dann schreibt mir, warum nicht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.